Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arga.io. Ja, heute spielen wir komplett alleine und Arga hat anscheinend ein paar Updates bekommen. Und, ja, scheiße, naja, oh, war das knapp. Oh, scheiße, weg hier. Na, ich hab auch schon ja kein Arga mehr gezockt, deswegen, und ich weiß nicht, ob man es hört, ich bin leicht erkältet. Deswegen kommt die Folge auch ein bisschen später, die kommt jetzt wahrscheinlich, ähm, Samstag. Nicht mehr als Freitag auf. Und, ja, ich muss müssen halt im Voraus aufnehmen, dass ich, umgekehrt, weil, deswegen wird es auch ein bisschen mehr Arga kommen. Da ich dann nicht zu viel zu rändern habe. Und, naja. So, das war knapp. So. Und, ja, als wichtige Themen gibt es eigentlich gerade gar nicht anzusprechen. Ich mache es halt jetzt nur, weil ich gerade irgendwie Bock habe. Nichts besseres Ton ab. Und es wundert mich, dass ich noch nicht gefressen worden bin. Habe ich gerade gesagt, es wundert mich, dass ich noch nicht gefressen worden bin? Habe ich das gerade gesagt? Ne một. Neumann können wir hier sogar Skinns aussuchen. Na, das war ja auch wenn, nachher man. Na, kurz, guck, Mist, Pio, 300. das ist schon geil naja machen wir mal weiter oh shit das fängt schon eis an fahr ich ernsthaft neu in die Dogge rein man kann nicht zu viel von jetzt verlangen heute anscheinend ich hoffe ich sterbe diesmal nicht so schnell zu leckt das Jahrhunderts mal kurz gucken ob mir jemand geschrieben hat weil ich mich grad befreit ob jemand anger will anscheinend grad nicht so so und okay das brauch ich grad nicht wenn man gerade mal kurz am Handy ist Alter und dann mach ich jetzt schon drei Minuten die Folge wird so sechs Minuten noch eine Runde wie ich sagen ja wie schnell ich sterbe jetzt natürlich instant sterbe oder in weniger als einer Minute dann werde ich das natürlich jetzt noch eine Runde dran hängen aber ich hoffe ich schaff's jetzt mal ein bisschen durchzeiten auf wenn das Ager immer so ruckelt so so wird erstmal gefiedert wie sieht das hier aus so so nein dem wollen wir jetzt nicht begegnen so ich bin jetzt halt jetzt grad nicht so auf die Leute extra unterwegs da ich sonst auch schneller gefressen werde und mich das grad wirklich irgendwie nicht gebrauchen kann und ja ach jetzt weiß ich warum ähm das kann so scheiße leck könnte sein weil ich grad ähm lang habe ich noch draußen und über WLAN drinnen mal naja war klar dass da die Wand ist naja würde ich sagen fünf Minuten ja beende ich hier mal die Folge bis nächstes Mal und Ciao und